Wie soll man da eine Band gründen? Aber jetzt haben wir das gemacht und wir haben mit 15 die größte Rockband der Welt gegründet. Mit 15 hab ich mir die erste Gitarre gekauft und jeden Tag geübt, auf die Haare gerauft. Ein Kumpel holte sich noch einen billigen Bass und ein anderer ein Schlagzeug und wir gaben so richtig Gas. Wir waren die größte Rockband der Welt. Wir waren die größten Rockband der Welt. Zuerst mal haben wir im Kinderzimmer geprobt, die Nachbarn nervte das, haben am Telefon gezogen. Und dann ein feuchter Keller, gemütlich aber klein. Und wir wussten, so darf echter Rock schon sein. Und wir waren die größte Rockband der Welt. Ja, Sebastian und ich. Wir waren die größten Rockband der Welt. Ja, ja, wir waren die größte Rockband der Welt. Wir waren die größte Rockband der Welt. Der erste Gig in der Kneipe am Kanal. Für die größte Band der Welt war das einfach ideal. Und dann ein Vierspur-Demo nur mit eigenen Songs darauf. Und in der Schule haben wir 17 Kassetten davon verkauft. Und wir waren die größte Rockband der Welt. Wir waren die größte Rockband der Welt. Ja, ja, wir waren die größte Rockband der Welt. Ja, ja, wir waren die größte Rockband der Welt. Ja, wir waren die größte Rockband der Welt. Der Sebastian und ich. We war die größte rock band der Welt Die größte rock band der Welt Wir waren die größte rock band der Welt Die größte rock band Ja, 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 ja! Ja, hier war das mit der größten Mobbänker Welt. Ja, 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 ja.